Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 258. Mal bei Hoaxer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Auch dieses Mal wenig überraschend bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Was für eine Ankündigung. Hallo ihr da draußen, wie immer willkommen zu dieser Folge. Und zum Glück ist wie auch sonst bei mir der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Genau und in einem Aufnahmemarathon, von dem ihr da nichts mitkriegt, werden wir gehabt haben. Ich weiß es gar nicht. Also die beiden Augustfolgen kommen noch pünktlich, obwohl wir vielleicht schon im Urlaub sind. Ich weiß noch gar nicht, wann wir das alles veröffentlichen. Das ist aber auch vollkommen wurscht. Wir haben zwei schöne Themen herausgesucht und die Folge heute. Ihr habt das Thema ja schon gelesen. Four Knox ist etwas, was ein kleines Lieblingsthema von mir war, was ich mir sehr gewünscht habe. Und da habe ich mich jetzt sehr darauf gefreut, dass wir mal darüber eine Folge machen. Und um was es genau gehen wird, erfahrt ihr natürlich im weiteren Verlauf. Weil jetzt wird Alexa euch erstmal wieder eine Geschichte erzählen und ihr könnt raten, ob sie stimmt oder nicht. Die Story dieses Mal ist kurz und knackig und hat natürlich mit Gold zu tun und mit Fort Knox zu tun. Und besagt einfach, dass man sich natürlich als das Bullion Depository fertiggestellt war, überlegen musste, wie kriegt man denn das ganze Gold dahin, was man da lagern wollte. Und da hat man dann gesagt, man schickt es einfach mit der Post. Fand ich bemerkenswert, ist die Frage, ob es stimmt. Weil ja, kann einen ja doch erstaunen, so viel Gold einfach tonnenweise sozusagen einfach mit der Post zu schicken. Spannende Geschichte. Und da war ja schon auch ein Begriff drin, das United States Bullion Depository. Was das alles genau ist, klären wir auf. Aber die Frage ist, ist das Gold, was angeblich in Fort Knox gelagert wird, mit der Post geliefert worden? Ja. Ja, da denkt mal drüber nach. Thema der Woche Ja, heute soll es gehen um Fort Knox, so haben wir die Folge genannt. Aber eigentlich wollen wir genauer sprechen über das United States Bullion Depository. So heißt das nämlich ganz offiziell, über das, worüber wir reden wollen. Und das ist ein Gebäude, in dem furchtbar viel Gold gelagert wird. Und das werden wahrscheinlich sehr viele Menschen noch aus einem James-Bond-Film kennen. Und der Film heißt, na, wer weiß es? Goldfinger! Genau. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut und Shirley Bessie einmal eingeflogen, hier für diese Folge. Damit ihr auch seht, dass ja auch vor dem Urlaub noch keine Mühen für euch scheuen. Und Goldfinger mag ich besonders gerne, weil in Goldfinger ja der Bösewicht Ulrich Goldfinger gespielt vom unvergessenen Gerd Frübe für mich einen der schönsten Sätze sagt, den jemals ein Bond-Bösewicht gesagt hat. Und ich glaube, den Satz gönnen wir uns gerade nochmal. Da hören wir noch einmal ganz kurz rein in dem Dialog zwischen James Bond und Ulrich Goldfinger. Ja, das war die englische Variante und eine deutsche Variante für all diejenigen, die das jetzt nicht so ganz mitbekommen haben. Also James Bond fragt, erwarten Sie, dass ich jetzt anfange zu sprechen? Also er liegt ja da auf diesem Tisch und der Laserstrahl ist kurz davor, ihn in zwei Teile zu schneiden. Und Goldfinger sagt dann, nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie jetzt sterben. Das finde ich eine sehr schöne Szene und vielleicht noch ein kleines Petitum hier zum Film Goldfinger. Gerd Fröbe ist gecastet worden und als er dann am Set auftauchte, stellte sich heraus, dass Gerd Fröbe gar nicht Englisch sprechen konnte. Was jetzt für eine britische Filmproduktion, die einen internationalen Film machen wollte, sagen wir mal, semi gut war. Das hatte irgendwie keiner so richtig gut geprüft, beziehungsweise so im Forecasting war die Aussage, nee, das klappt schon mit dem Englisch, das kriegen wir alles hin. Und den gesamten Film über blubbert Gerd Fröbe im Prinzip in einer Fantasiesprache die ganzen Zeilen und ist dann hinterher komplett synchronisiert worden. Ist heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellbar, dass das gemacht wurde. Damals wurde es so gemacht und das finde ich so eine ganz schöne Fußnote zu dem Film Goldfinger, der sicherlich nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Menschen ja auch als einer der besten Bond-Filme gilt. Also auf jeden Fall sozusagen, ja genau und der Franchise hat sich dann so richtig entwickelt, das merkt man richtig, also wenn man sich die Bond-Filme vorher anguckt, das ist zwar auch schon viel Elementares, aber Goldfinger ist so wirklich der Bond-Schlechtin. Ja, also da ist so die erste Bond-Formel mit dem Auto, mit den Gadgets und all diese Dinge, das kommt dann alles in Goldfinger vor. Und in dem Film geht es eben genau um Four Knox und vielleicht können wir hier an der Stelle schon mal das erste Mal mit einem Missverständnis oder einer Verkürzung der Dinge oder Vereinfachung der Dinge aufklären. Denn Four Knox ist eigentlich eine riesige Militäranlage. Im Prinzip ist das, was wir mit Fort Knox bezeichnen, also ein Fort, ein Stützpunkt der US-Armee. Und das, was wir so als diesen großen Goldlagerplatz, dieses markante Gebäude so bezeichnen, das ist eben das United States Bullion Depository. Und zuerst war das Ganze tatsächlich in den Händen komplett der Armee und das schon seit einiger Zeit. Das heißt also, Fort Knox hat eine ganz lange Geschichte selbst, hieß auch ursprünglich mal anders. Fort Duffield war der erste Name und es ist dann später nach einem Henry Knox umbenannt worden, einem General des Unabhängigkeitskrieges und späteren Kriegsministers. Und ja, hieß danach eben Fort Knox. Und als es dann daran ging, die Goldreserven der USA sicherer unterbringen zu wollen, hat man eben auch von der Armee sich sozusagen Land besorgt, um da eben dieses Bullion Depository bauen zu können in den 30er Jahren. Genau, Fort Knox auch insofern ein Standort, der wohl gewählt war. Also klar, man hatte eine sehr große Militäreinheit sowieso in der Nähe. Dort ist auch bis heute, Panzerbrigaden sind dort stationiert, also tatsächlich auch so verteidigungsfähiges Militär, tatsächlich mit schwerem Gerät. Und in den 30er Jahren war es so, dass das private Gold in den Vereinigten Staaten verstaatlicht wurde. Genau, es gab das Executive Order 6102, was den Handel oder das Horten und Handeln von Gold für Privatleute unmöglich machte. Roosevelt hat eben dieses Executive Order unterzeichnet und es sollte im Prinzip darum gehen, dass der Staat mehr Einfluss auf das Geld ausüben wollte. Wann wollte die Währung stützen und dieser Wirtschaftskrise in irgendeiner Form beikommen und da ging es eben nicht, dass Privatleute Gold horten und die Regierung wollte da eben sozusagen stärkeren Einfluss ausüben. Ja, du hast es gerade schon gesagt, tatsächlich das Gold zum einen sollte nicht mehr als parallele Währung vorhanden sein. Zeitgleich wollte man aber den Dollar auch stabilisieren als Werbung und hatte dann die Idee, im Prinzip die Währung, den US-Dollar an das eingelagerte Gold zu koppeln. Das ist aber viele, viele, viele Jahre so gehandhabt worden. Bis 1971, ja. Genau, 1971 ist diese Bindung der Währung an Gold aufgelöst worden. Vielleicht ganz interessant, nach den Vereinigten Staaten die Nation, die zweitgrößte Goldmenge eingelagert hat, ist tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Wobei wir heute auch sagen können, also man geht davon aus, dass in der United States Bullion Depository derzeit ungefähr 150 Millionen Feinunzen Gold eingelagert sind. Die Zahlen variieren ein ganz kleines bisschen, aber das ist so ungefähr das. Wir können nochmal gucken, also Stand November 2018 sollen es 4580 Tonnen sein, die da eingelagert sind, mit einem Wert 2018 eben von 157 Milliarden Euro. Und das Interessante ist, dass in den Vereinigten Staaten tatsächlich an einer Stelle sogar noch mehr Gold gelagert ist, als in der Bullion Depository, nämlich in der Federal Reserve Bank in New York. Das Interessante dabei ist aber, dass tatsächlich Deutschland als Nation unglaublich viel Gold hortet, aber ein Teil unseres Goldes tatsächlich in New York gelagert ist. Und wir sind nicht die einzige Nation in der Welt, die Gold in New York lagert, sondern tatsächlich liegt da sehr viel Gold. Aber das Gold, was da liegt, gehört auch vielen anderen Nationen, die ihr Gold dort in New York unterbringen. Das Gold, was in, ich sag jetzt verkürzt, vor Knox gelagert wird, ist aber tatsächlich im Besitz der US-amerikanischen Regierung. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich mit diesem Gebäude beschäftigt. Interessanterweise ist tatsächlich das Gebäude, was wir in Goldfinger sehen, im Grunde genommen eine sehr schöne Nachbau des Originalbaus. Also wer sich den Film anschaut, kann davon ausgehen, dass das Original Bullion Depository schon sehr ähnlich aussieht. Allerdings ist es so, dass man zum Teil auch auf dem Gebiet von Fort Knox filmen konnte. Also man sieht tatsächlich Bilder von Fort Knox und vom Bullion Depository, nämlich aus Sicht eines Flugzeuges, was drüber fliegt. Das heißt, das ging dann schon. Wir reden hier vom Jahr 1964, beziehungsweise die Dreharbeiten wahrscheinlich 1963 oder entsprechend früher. Und da war es natürlich dann so, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die inzwischen dort auf Menschen warten, die da sich in die Nähe wagen, ganz andere sind, als es damals war. Da können wir vielleicht nachher noch ein, zwei Worte mehr dazu verlieren. Also man kam auf jeden Fall, bekam leichter Genehmigungen und man kam auch näher an das Bullion Depository ran. Genau, es gab auch Menschen, die da mal reingehen durften. Das hat es jetzt lange, lange Zeit nicht mehr gegeben. Du hast gerade aus Sicht eines Flugzeugs, wir können es noch ein bisschen genauer fassen. Wir sehen ja das Flugzeuggeschwader von Pussy Galore, der Pilotin von Oracle Goldfinger, die hieß wirklich so in dem Film, über das Depository fliegen. Und das sind tatsächlich Aufnahmen, die real dort gedreht wurden. Und es war dann auch so, dass auf dem Gelände von Fort Knox selber auch gedreht werden durfte, allerdings dann eben nicht direkt am Depository. Das klappte nicht, deswegen hat man da dann das Depository nachgebaut hinterher, um den Einbruch dann dort zu filmen. Warum da eingebrochen wurde, lassen wir mal dahingestellt. Wer den Film nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen, weil es wirklich ein ganz netter Film im Grunde genommen ist. Also wir haben einen Militärstützpunkt. Wir haben natürlich dann eben auch Soldaten, die mit das Bullion Depository schützen und wir haben aber auch eine eigene Polizei, weil die MINT Police dort zuständig ist. Und MINT, also vom Münzamt, sind diese Polizisten und die sind fantastisch ausgebildet in allen möglichen Situationen und wirklich highly trained. Und sind aber dennoch nicht die einzige Sicherheitsvorkehrung, die wir inzwischen vor allen Dingen dann eben ab 2001 dort haben. Es gibt ein ganz interessantes YouTube-Video von einem Kentucky Educational TV Channel, wo die Geschichte vom Bullion Depository nochmal ein bisschen aufgerollt wird. Und da kommt auch ein Mitarbeiter zu Wort, der als Highschool-Abgänger in den 70er Jahren vom Bullion Depository angestellt wurde und beschreibt, dass als er Kind war, noch ganz viele Bäume das Gebäude umstanden, dass das Gebiet noch wesentlich besser zugänglich war. Und ein anderer Mitarbeiter beschreibt, dass Besucher dorthin kommen konnten und so ein bisschen wie beim Taj Mahal vor dem Bullion Depository für ein Foto posieren konnten. Und das sind natürlich alles Dinge, die heute absolut unmöglich sind. Das heißt, man kommt da gar nicht mehr gescheit hin. Es ist natürlich auch nicht für Besucher geöffnet. Das heißt, man kann da nichts besichtigen. Es gibt zwar das Pattern Museum auf dem Gebiet und in der Nähe. Das heißt, ein paar Sachen kann man sich in der Umgebung natürlich schon angucken. Aber an das Gold kommt man nicht ran. Es gibt Waffen sozusagen, die auf den Geschütztürmen stationiert sind. Es gibt ein Minenfeld tatsächlich. Das Bullion Depository selber kann mit Gas und Wasser geflutet werden. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind heutzutage immens. Und die Geheimniskrämerei ist auch immens. Das ist tatsächlich so, dass kaum jemand da Zugang hat, außer den Leuten, die da arbeiten und die für die Sicherheit zuständig sind. Genau. Und in den Vault selber, also es ist bekannt, dass das Gold unterirdisch gelagert wird. Das weiß man eben, weil man ja weiß, wie das gebaut worden ist, das Depository. Da kommt im Grunde genommen gar keiner mehr rein, eigentlich. Es gab 2017 tatsächlich den Minister für Treasury, also für Finanzen in den Vereinigten Staaten, Steve Mnuchin, ich hoffe, ich spreche den Namen Mnuchin, reden. Eben, der durfte dann tatsächlich mit einem Senatsmitglied des US-amerikanischen Senats das Depository besuchen und die wurden dann auch fotografiert, wie sie Goldbarren in der Hand hielten. Also 2017 gab es zumindest Goldbarren und zwei Menschen, die dort rein durften. Interessanterweise ist es so, dass davor, das letzte Mal Zivilisten, 40 Jahre vorher. 74 war sozusagen eine Führung von ganz ausgewählten Personen, die dann eben hinein durften. Ja, und das war interessanterweise auch eine Reaktion auf Verschwörungsmythen im Prinzip, weil wirklich hartnäckige Gerüchte im Umlauf waren. Also 71 hatte man sich vom Goldstandard gelöst, dass das Gold danach sukzessive abverkauft worden war und überhaupt kein Gold mehr im Bullion Depository gelagert würde. Und da hat man dann irgendwann gesagt, so, das können wir jetzt nicht stehen lassen und wir sind natürlich auch irgendwie unseren Volksvertretern irgendwie so ein bisschen Einblick schuldig und jetzt lassen wir mal so ein paar Leute da durchgehen. Es ist immer wieder im Gespräch, Audits, also Prüfungen durchzuführen. Ron Paul hat sich zum Beispiel sehr dafür eingesetzt, das ist auch gar nicht so furchtbar lange her, das war so 2008, 2010 so die Zeit, nochmal eine Prüfung durchzuführen und wirklich auch mal abzuwiegen und durchzuzählen, wie viel Gold da nun eigentlich lagert. Und es ist immer wieder die Rede davon, wieso die Siegel sind doch noch vorhanden und solange sich an den Siegeln nichts ändert, ändert sich auch an der Goldmenge nichts und das muss reichen als Information. Also auch da ist man dann irgendwie nicht viel weitergekommen und diese ganze Streitfrage des Goldes in Fort Knox bewegt sich eigentlich so bis heute so zwischen ein paar Informationen und viel Spekulation, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte. Genau, das Absurde ist aber, dass tatsächlich jedes Jahr einmal der Goldbestand geprüft wird, das passt jetzt natürlich überhaupt gar nicht zu dem, was du erzählt hast und passt aber auch doch, denn was wird da gemacht, also es gibt einen offiziellen Beauftragten, der eine Inventur durchführen soll und was der aber macht ist im Grunde genommen, dass der reingeht in das Depository und dann guckt, ob alle Siegel, die er ein Jahr vorher angebracht hat im Grunde genommen, noch vorhanden sind. Und der Gedanke ist, wenn die Siegel unbeschädigt sind, das kann man ja sehen, also er bringt die nicht jedes Jahr neu an, sondern er schaut halt, ob die Siegel unbeschädigt sind, dann hat sich am Goldbestand nichts geändert und so wird im Grunde genommen der Bestand des Goldes geprüft. Genau, ich hatte es nur kurz angerissen, du hast es nochmal ausführlicher gesagt. Jetzt könnte man aber doch meinen, der US-amerikanische Präsident, der wird ja wo rein dürfen. Als Staatsoberhaupt, nee, darf er nicht. Es gibt einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der das Ding besichtigt hat und das ist Roosevelt. Und jetzt könnte man ja sagen, also wenn ich euch erzähle, er hat sein Amt 1933 angetreten und der Besuch als amtierender Präsident war 1943. Dann rechnet ihr im Kopf nach und denkt, what the fuck, was möchte sie jetzt von uns? Tatsächlich, kleine Randnotiz, hat Roosevelt aber drei Amtszeiten absolviert als Präsident. Hintereinander und ist damit auch der Einzige, bei dem das so war. Und interessant dabei ist tatsächlich, dass man sagen könnte, okay, das war vielleicht in den Kriegsjahren oder im Beginn des Zweiten Weltkriegs, aber das hat damit gar nichts zu tun, sondern diese Begrenzung auf zwei Amtszeiten, die wir kennen, die ist erst später, nämlich im 22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert worden. Und da steht dann erst drin, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten darf und die wurde am 27. Februar 1951 ratifiziert. Insofern sind wir nämlich in der Vorbereitung auch darüber gestolpert und haben uns unterhalten, war der jetzt amtierend oder nicht und der kann doch nicht amtierend gewesen sein. Wer sich mit Geschichte beschäftigt, müsste das eigentlich wissen, aber es gibt halt einfach so Dinge, die, weiß ich nicht, verdrängt man, vergisst man keine Ahnung oder hat sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo in der falschen Schublade abgelegt. Genau und Roosevelt durfte da ja auch nur rein, weil er im Grunde genommen das ja in Auftrag gegeben hat, das Bouillon Depository. Und er wollte dann auch sicherstellen, dass das auch sicher ist und hat dann gesagt, ich möchte das bitte selber persönlich sehen, dass unser Gold, das Gold des amerikanischen Volkes ja in dem Fall, auch wirklich sicher gelagert ist. Genau, vielleicht können wir heute nochmal sagen oder jetzt nochmal sagen, wie das überhaupt ausschaut. Also wir sprechen hier von meterdicken Granitwänden und wir sprechen von einem, von einer Tür, von einer Tresortür, die alleine 22 Tonnen wiegt und 53 Zentimeter dick ist. Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Genau, also irgendwie die Angaben schwanken meistens so 20 Tonnen, 22 Tonnen und die Angaben sind dann auch immer wieder von unterschiedlichen Quellen. Also sagen wir mal rund 20 Tonnen, auf ein oder zwei Tonnen kommt es dann auch nicht an, also je nachdem, welche Quelle man natürlich liest und das ist sehr, sehr verrückt. Und das Besondere daran ist auch noch, dass im Prinzip in den Vault selber, also da, wo das Gold liegt, gibt es also Codes, die man sozusagen eingeben muss. Das wird gar nicht so ganz genau beschrieben, ob das jetzt diese Tresordrehdinger sind oder vielleicht dann doch elektronische Dinger. Was aber bekannt ist, dass es keine einzige einzelne Person gibt, die das Depository öffnen kann, sondern es müssen immer mehrere Personen sein, die Teile eines Codes kennen. Und die müssen dann alle gemeinsam jeweils ihren Teil eingeben oder drehen, wie auch immer, das so genau weiß man es ja eben nicht. Und erst dann kann man tatsächlich zum Gold überhaupt vordringen, also hohe Sicherheitsstandards. Also heute extrem kompliziert. Ein bisschen anders war es damals, als das Ding eingerichtet wurde. Also lustigerweise hat man bei der, sagen wir mal so, Umlegung des Goldes, bei der Verlegung des Goldes nach Fort Knox ins Bullion Depository eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Das heißt also, es stand in der Zeitung so, jetzt kommt das Gold an und man konnte da als Bürger hingehen und dazugucken. Das hat aber auch einen Hintergedanken, dass man das so gemacht hat. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, wir leben in einer unsicheren Zeit. Je nachdem, wie interessiert man war, konnte man zumindest sehen, dass in Europa eine gewisse Unruhe begann in der Mitte der 30er Jahre. Ausgehend natürlich von Deutschland aus. Und gleichzeitig hat die Regierung dann festgelegt, dass man privat kein Gold mehr besitzen und auch nicht mit Gold handeln darf. Und man hat einen Goldpreis festgelegt und dann musste man sein Gold an den Staat verkaufen. Eher unangenehm. Und diese Zeitungsanzeige, die du ansprichst, Alexa, dient natürlich auch dem Zweck, dass Bürgerinnen und Bürger dahin reisen konnten und dann auch sehen konnten, wie das Gold zumindest ankam und reingeräumt wurde. Also auf vielen Fotos sieht man im Prinzip ja die Frontansicht, auch mit dem Eingang in das Gebäude. Das ist ja noch nicht der Eingang in den Safe, in Anführungsstrichen. Und auf der Rückseite sind dann im Prinzip Laderampen gewesen, wo dann mit LKWs das Gold angekarrt werden konnte. Und man konnte eben zuschauen, ist jetzt die Frage, wir waren ja nicht dabei, ob man jetzt nur zugucken konnte, wie die Gold-LKWs draufgefahren sind auf das Gelände oder dann auch sogar an die Rampen gefahren sind. Das können wir jetzt nicht sagen, wie es genau sich abgespielt hat. Aber das war natürlich der Gedanke, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sehen können, okay, das Gold wird jetzt auch wirklich eingelagert, was ja nicht ganz unerheblich ist. Vielleicht können wir ganz kurz noch erwähnen, ich glaube die vier Türme, du hast die erwähnt. Ja, ich habe es kurz erwähnt. Genau, also Stacheldraht und Minen hast du erwähnt und dann vier Türme. Und diese vier Türme kann man auch nur von innen betreten. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, man kann die nicht von außen betreten. Vielleicht auch mal ganz interessant. Das heißt, man muss erst ins Gebäude rein, kommt dann unterirdisch in die Türme und kommt dann in die Wachtürme rein. Also schon sehr, sehr sicher. So eine Festung für das Gold. Genau, das Dach, übrigens vielleicht sind wir noch beim Gebäude, weil du ja schon davon gesprochen hast, wie dick die Tür ist. Das Dach des Gebäudes gilt auch als bombensicher. Also auch daraufhin ist es konstruiert worden und ich weiß jetzt nicht, ob eine atomare Bombe das Ding aushalten würde. Aber so in den 30er, 40er Jahren, als man es gebaut hat, was man da so an Bomben zur Verfügung hatte, hätte das Gebäude offensichtlich nicht zerstört. Darauf ist es ausgerichtet gewesen. Genau, du hast jetzt, wir springen wirklich immer so ein bisschen hin und her in der Zeit, ich hoffe das verwirrt euch nicht zu sehr, die 30er Jahre als Zeit der Bedrohung durch Nazi-Deutschland erwähnt. Und es war dann tatsächlich so, dass im Zweiten Weltkrieg die USA Furcht hatten um ihre wichtigsten Dokumente und nicht nur die USA, auch andere Länder wollten sozusagen ihre Schätze vor den Nationalsozialisten und ihren gierigen Clown bewahren. Und man hört immer wahnsinnig viel, was alles so im Bullion Depository liegen soll, vom heiligen Buch der Präsidenten, wo also alle Staatsgeheimnisse aller Filmen National Treasure mit Nicolas Cage aufgeschrieben sind, bis hin zum wahren Mörder von JFK. Also da sind wir im Reich der Spekulationen, aber es ist tatsächlich so, dass UFOs, UFO-Teile, selbstverständlich, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass eben nicht nur Gold da rumliegt im Bullion Depository, beziehungsweise zu einem gewissen Zeitpunkt mal auch andere Dinge als Gold dort gelagert wurden. Und natürlich waren die USA da vorne mit dabei, ihre Dokumente schützen zu wollen und haben die Constitution dort vor dem Krieg schützen wollen. Aber auch eine Abschrift der Magna Carta wurde dort gelagert, die Unabhängigkeitserklärung. Also auch da sind wir wieder beim Film National Treasure. Da wäre es Nicolas Cage wahrscheinlich noch schwerer gefallen einzubrechen. Das lag dort. Dann hatte auch Ungarn sozusagen die Throninsignien dort hingegeben. Die sind dann 1978 wieder zurückgegangen. Das heißt also, die Krone des heiligen Stephan zum Beispiel lag auch dort. Genau. Du hast gerade schon gesagt, die Magna Carta, die ist dann, weil du gesagt hast, 1978 die Kronejuwelen, 47 zurückgegangen nach England. Und die Bill of Rights und die Erklärung der Unabhängigkeit, diese Dokumente oder dieses Dokument ist dann 1944 wieder zurück nach Washington DC gegangen. Also nach Kriegsende hat man im Grunde genommen die Dokumente da wieder entnommen. Aber hatte sie da gelagert, weil man gesagt hat, wenn was passiert, die Originale müssen ganz, ganz, ganz sicher sein. Und der sicherste Ort, den man so angenommen hat, war nicht nur wegen des Gebäudes, sondern natürlich dann auch wiederum wieder wegen des hohen Militäraufgeburtes im eigentlichen Forenox. Also das hat schon auch zusammengepasst, dass man gesagt hat, nicht nur ist das Gebäude furchtbar sicher, sondern wenn da einer. Es liegt günstig tief im Landesinneren, weit genug von der Küste entfernt und durch die Berge geschützt, sondern wir haben auch noch Militär da, also da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und Drogen gab es da auch mal. Und zwar nicht zu knapp, richtig. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber tatsächlich hatte man insbesondere auch in der Zeit des Kalten Krieges Sorgen, dass wenn in Europa tatsächlich der Kalte Krieg heiß wird, man unter Umständen abgeschnitten ist von Medikamentenlieferungen. Und was man auf jeden Fall einlagern wollte, war im Grunde genommen Opium oder eben die Rohstoffe, um das herzustellen, Morphinsulfat und das hat man dort gelagert. Und 1955 war es dann, hat man wirklich Tonnen von Opium am Ende im Depository gelagert und es gibt Stimmen, die gesagt haben, das Opium ist so ausreichend, dass im Prinzip jeder amerikanische Bürger ein Jahr damit versorgt werden könnte. Und später, weil man dann festgestellt hat, irgendwann wird das auch mal schlecht, das kann man nicht auf ewig lagern, hat man es dann verfeinert zu Morphium und bis heute, also 1993 hat man es verfeinert, bis heute lagert also eine große Zahl von Morphium neben dem Gold, um sicherzustellen, dass in einem Kriegsfall oder in einem anderen besonderen Fall, wo man dann auch damit rechnen müsste, dass man eben Schmerzmedikamente benötigt, die amerikanische Bevölkerung aus dem Depository heraus mit Medikamenten versorgt werden kann. Auch eine sehr, sehr verrückte Vorstellung, also finde ich persönlich noch viel verrückter, als die Tatsache, dass man da die wichtigsten Dokumente des Landes, die man ja schon fast heilig vor sich her trägt in den Vereinigten Staaten dort lagert, nö, auch Morphium. Jetzt könnte man sich ja, wir haben jetzt schon ganz viel erzählt, aber trotzdem fragen, warum zum Henker macht Hoaxilla eine Folge über Fort Knox und das Brilliant Depository. Und es ist tatsächlich interessant, wie weit erstens mal der Ausspruch so sicher wie in Fort Knox in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist, also selbst jetzt im Wahlkampf, wenn es um die Post in den Vereinigten Staaten geht, sagen die Demokraten, also die Briefwahl und der Postweg für Wahlzettel oder Stimmzettel ist so sicher wie Fort Knox. Das heißt also dieses geflügelte Wort ist wirklich weit verbreitet und wird immer wieder verwendet und es ist für mich sehr, sehr spannend gewesen, nochmal zu gucken, wie wird denn über diesen Ort erzählt. Also natürlich hat uns angeregt so ein bisschen der Film Goldfinger und im Buch ist es tatsächlich übrigens so, dass das Fort Knox beziehungsweise das Brilliant Depository klassisch ausgeraubt werden soll, während es im Film ja dann so ist, dass es verstrahlt wird. Nein, jetzt hast du es spoilt. Aber komm, der Film ist von 1964, wer hat den denn noch nicht gesehen? Ja, also auf jeden Fall ist das schon so ein Narrativ, dann ist Gold natürlich ein Motiv, was den Menschen oder die Fantasie des Menschen schon immer beflügelt hat und es lassen sich auch wirklich genügend Verschwörungsmythen rund um das Brilliant Depository und Fort Knox finden. Wir haben ja ein, zwei schon angedeutet und ganz oft geht das einher mit Geschichten über Secret Government Warehouses und da muss man sich dann, so wie es erzählt wird und geglaubt wird auch oft, so eine Mischung aus Indiana Jones, diesem Warehouse, wo dann die Artefakte, die er versucht zu schützen, immer hinverschwinden am Ende des Films und der Serie Warehouse 13 vorstellen. Und das sind wirklich so tolle Erzählmotive, die ich einfach faszinierend finde und auch die werden teilweise eben auf Fort Knox übertragen. Und wir haben ja schon ganz kurz angedeutet, beziehungsweise du Alexander hast das angedeutet, dass da UFO-Teile lagern sollen und es gibt tatsächlich einen UFO-Vorfall, den sogenannten Mantell-Fall, der auch übrigens Project Sign und Project Blue Book beschäftigt hat, also Heineck und Co. Wir haben da ja neulich mit André Kramer drüber gesprochen, also das kann man dann bei der Gelegenheit auch nochmal nachhören. Genau und eine Variation dieser Geschichte ist auch in der Serie Project Blue Book quasi der Aufhänger, in den ersten Minuten der Serie sieht man eine Variation dieser Geschichte von Herrn Montel. Genau und dieser Mantell-Vorfall entspinnt sich wirklich an einer Sichtung eines wirklich unbekannten Flugobjektes auf dem Gebiet von Fort Knox, wo dann sozusagen Abfangjäger, also Mantell und seine Kollegen vier Flugzeuge insgesamt losgeschickt werden, um das zu untersuchen. Seine drei Kollegen geben dann an unterschiedlichen Stellen dieser Verfolgungsjagd auf. Einer von ihnen hat tatsächlich ein Sauerstoffgerät, sein Sauerstoff geht aber zur Neige und er steigt dann nicht weiter auf, um die Verfolgung dieses Objektes fortzuführen und Mantell ist dann irgendwann der Einzige, der immer weiter im Steigflug sich befindet und er muss dann irgendwann das Bewusstsein verloren haben und sein Flugzeug ist dann eben ins Trudeln geraten und abgestürzt letzten Endes und er hat als Pilot nicht überlebt, also ein tragischer Unfall und dann gingen natürlich die Spekulationen los, war es tatsächlich ein UFO, war es eine russische Rakete, war es ein Wetterballon, war es die Venus, die da irgendwie optisch einen Streich gespielt hat und eben diese klassische UFO-Sichtung, dieser Fall ist eben durch Project Sign und Project Blue Book auch nochmal aufgezeichnet und aufgerollt worden und eigentlich bis heute sozusagen im Bewusstsein der Ufologen verankert. Vielleicht ganz kurz, es soll sich nach allen Untersuchungsergebnissen am Ende um einen sogenannten Skyhook-Balloon gehandelt haben, das war ein Geheimprojekt. Sogar Heineck selbst hat davon gesprochen, dass das eine mögliche Erklärung wäre. Genau und der Pilot selber, Mantell, war aber nicht informiert darüber, das war ein Projekt, was im Grunde genommen in dem Kontext stand, mit diesen Ballonen nukleare Explosionen detektieren zu können, also ein klares Resultat des Kalten Krieges, weil man natürlich daran interessiert war festzustellen, wie testet der Feind im Kalten Krieg die Sowjetunion Atomwaffen. Mit drüberfliegen war es halt ein bisschen schwierig und diese Ballone waren eben so konzipiert, dass sie in hoher Höhe, ach toll, hohe Höhe, weißer Schimmel, in großer Höhe in der Lage waren, dann mit Detektoren Atomwaffentests in der Sowjetunion zu detektieren, ohne über dem Gelände der Sowjetunion sich zu befinden. Und man vermutet, dass der Pilot diesen Ballon gesehen hat, die sind ganz klein, wenn sie starten, steigen dann auf und blähen sich unglaublich auf. Und wenn dann natürlich Licht darauf fällt, dann ist es ein großes, rundes Objekt, was sich in großer Höhe befindet, von dem man dann unter Umständen gar nicht einordnen kann, wie groß es ist. Und das erklärt dann, warum der Pilot da hinfliegen wollte. Und auch unterschiedliche Aussagen. Mit einem Mal sollte es metallisch aussehen und riesig sein, legte man Mantell in den Mund, ist aber auch nicht gesichert, ob er das wirklich gesagt hat. Zum anderen sollte es sehr klein sein, also da gab es unterschiedliche Beschreibungen. Genau, also das eine der Theorien, also UFO-Sichtung über Fort Knox, dann natürlich ganz beliebt der Verschwörungsmythos, dass irgendwelche Überbleibsel von außerirdischen Besuchern auf der Erde, wenn sie denn dann nicht in Area 51 gelagert sind, dann aber zumindest im Bujon-Depository unter der Erde sicher verwahrt sind. Also genau wie du sagst, Warehouse-Ideologie. Die Bundeslade übrigens nicht, die ist bei uns. Das ist richtig und auch bei uns, die Bundeslade im Keller kann nicht jeder besichtigen. Das ist sehr aufwendig, sich das anzuschauen, bevor ihr Fragen stellt. Das ist fast so schwierig wie eine Besichtigung des Bujon-Depositorys. Und einen US-Präsidenten hatten wir auch noch nicht zu Besuch. Nein, ich weiß auch nicht, ob wir dem aktuellen das genehmigen würden. Nee, auf keinen Fall. Es gibt aber noch andere Verschwörungsmythen. Zum Beispiel, was sich hartnäckig hält, ist die Idee, dass im Grunde genommen da kein Gold mehr ist. Ja. Weil, völlig offensichtlich, es kann ja keiner nachgucken. Es darf ja keiner rein. Und selbst der, der rein darf, der guckt nur, ob das Siegel noch klebt. Und der guckt ja gar nicht hinter das Siegel. Und die Idee ist, dass tatsächlich seit 1971 die Währung nicht mehr gekoppelt ist an das Gold. Die US-amerikanische Regierung heimlich das Gold verkloppt, um an Geld daran zu kommen. Und weil es ja keiner kontrollieren kann, eben das ganze Gold, was da mal gelagert ist, irgendwo hin verkauft worden ist. Das Geld für, entweder für die Staatsverschuldung oder für andere geheime Zwecke verwendet ist. Und es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, wir müssen da reingehen. Wir müssen mal gucken, ob das Gold noch da ist. Wir erinnern uns an diesen unsäglichen, dann am Ende auch etwas kläglichen Sturm auf Area 51. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es gibt immer wieder Menschen, die fordern, wir wollen nachschauen. Also auch, wenn man hier in Verschwörungs-Blogs anfängt nachzulesen über Forenox oder das Bullion Depository, findet man das auch immer, immer wieder in verschiedensten Variationen. Und eben genau seit der Abkopplung der US-amerikanischen Währung an Gold diese Idee, dass es heimlich verkauft wird. Und auch mit so einem gewissen Zungenschlag in Richtung, eigentlich gehört das ja uns Bürgern, das Gold, was ja auch im Grunde genommen stimmt. Und hier werden wir erneut oder an einer weiteren Fund vom Staat behumst, weil die unser Gold, was uns allen gehört, heimlich verkauft haben. Also auch hier wieder so eine Idee von Misstrauen gegen die eigene Regierung. Genau, also vielleicht muss man es nochmal genauer erwähnen. Es gibt das Gold Antitrust Action Committee. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die tatsächlich sich eben damit beschäftigt, mit der Frage unter anderem, ist Gold in Fort Knox im Bullion Depository oder nicht. Und die sind da tatsächlich extrem kritisch und ja, hängen eben, also ich sage jetzt mal diesem Verschwörungsmythos an, wobei als gute Wissenschaftler, die wir sind, müssen wir natürlich darauf hinweisen. Wir waren nicht drin. Wir waren nicht drin. Ich habe keinen Beleg dafür, dass das Gold tatsächlich dort gelagert ist. Und insofern müssen wir diese Frage an dieser Stelle offen lassen. Genau, also klar, wir müssen es dann an der Stelle tatsächlich selber sehen. Interessanterweise nutzen ja Rechtspopulisten, ich glaube, du hast es am Anfang der Sendung schon einmal kurz erwähnt, Alexa, ja, aber auch wieder das Gold für ihre Zwecke, weil die ungedrehte Idee ist, das Gold ist da. Und es wird jetzt mal höchste Zeit, weil der amerikanischen Wirtschaft geht es ja auch schlecht und der Staatsverschaltung ist auch, das muss doch jetzt mal verkauft werden, weil es gehört ja dem amerikanischen Volk. Ron Paul ist zum Beispiel einer dieser Politiker, der das immer wieder fordert. Das klingt auch total eingängig und total super. Und wenn man auch hier wieder Misstrauen gegen den amerikanischen Staat selber sehen möchte, funktioniert das prima. Allerdings alle Menschen, die sich damit auskennen, sagen, selbst wenn das Ding bis unter den Rand so voll ist, wie es beschrieben wird, ist es halt im Grunde genommen auf die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten ein heißer Tropfen auf einen heißen Stein. Also das bringt gar nicht wirklich was. Genau, und es geht das geflügelte Wort, dass man es da wirklich nur noch lagert, just in case. Also falls man es mal braucht, liegt das da halt rum. Ja, also ihr merkt schon, es ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Das Blöde daran ist im Grunde genommen, dass man aber ja so richtig harte Fakten gar nicht bekommen kann. Aber die grundsätzliche Idee, dass Four Knox gar nicht das Gebäude ist und alle anderen Dinge, die wir euch beschrieben haben, auch die Tasse, dass da nicht jedes Jahr jemand hingeht und alle Barren nachzählt. Barren, das Wort hat mir gefehlt. Danke dir. Nachzählt, genau. Ist ja mal ganz interessant zu wissen. Und eine gewisse Faszination steckt da ja doch drin, dass man sagt, eigentlich möchte man ja mal gucken, weil wenn wirklich, ich weiß gar nicht, 4.600 Tonnen haben wir gesagt, Gold da gelagert sind. Nicht alles im Barren, übrigens einiges auch in so Unzen, in so etwas größeren Münzartigen Goldstücken, die da auch gelagert sind. Auch so Double Eagle Gold Münzen, die noch nie im Umlauf gewesen sind übrigens auch. Und ich glaube auch Münzen, die auf einem Weltraumflug mitgeflogen sind. Also das ist sicherlich sehr, sehr interessant oder wäre sicherlich sehr interessant, das mal sehen zu können. Das ist bestimmt ein sehr eindrucksvoller Anblick. Und insofern bleibt uns ja im Grunde genommen nichts anderes übrig, als uns den Film aus dem Jahr 1964, Goldfinger anzuschauen, weil wir da immerhin einen Eindruck bekommen. Und so als Fußnote auch nochmal auf den Film zurückgegriffen. Also die Seite, werden wir euch verlinken, wie Alexa erwähnt hat, wo man den Vergleich auch wirklich mal gucken kann. Wie war es im Film? Wie ist es in Wirklichkeit? Kann man sehr schön durchscrollen und sich ganz viel angucken. Auch an echten Aufnahmen von 4KNOX. Ist das jemand, der drin gewesen ist, im Bouillon Depository und auch in den Lagerstätten des Goldes, offensichtlich dann angeblich zumindest den Filmemachern gratuliert haben, sondern gesagt haben, das habt ihr gar nicht so schlecht dargestellt. Das ist schon ziemlich dicht dran an der Realität. Nicht wie bei Dan Brown und dem CERN. Genau. Ob das dann tatsächlich so stimmt oder ob das die Filmemacher gerne behaupten bis heute, weil sie stolz auf ihren Film sind, sei mal dahingestellt. Übrigens, das Set war auch von Ken Adam, das Goldfinger-Set. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall Ken Adam und Bond-Sets großartig. Hat er gemacht, weil auch der Rampus Room, also der Raum, in dem Arik Goldfinger den Verbrecherkartell, den Plan vorstellt, der ist definitiv von Ken Adam. Also ist dann auch quasi der Depository selber, also der Safe, der dargestellt wird, auch von ihm. Ja, großartige Sets. Also wir wissen nicht, ob wirklich Gold im Bullion Depository lagert, aber es spricht eigentlich sehr, sehr vieles dafür. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und im Prinzip müsstet ihr euch jetzt als Outro für dieses Thema The Ecstasy of Gold vorstellen, wie es so langsam anliegt. Ja, genau. Sehr schönes Stück von Ennio Morricone, ja. Und was man vielleicht noch sagen kann, was aber fest steht, weil man da auch rein darf, zwei unter großen Auflagen ist tatsächlich, dass die Federal Reserve Bank in New York, die ja mehr Gold, wie du es gesagt hast, gelagert hat. Das hat genau, was aber nicht alles den Vereinigten Staaten gehört. Da kommt man rein, da kann man gucken. Und da gibt es tatsächlich, also da liegt halt wirklich auch einfach unfassbar viel Gold. Da gibt es auch Berichte. Ich kann nochmal gucken, wir haben irgendwo auch eine Doku gefunden gehabt, die sich darüber gedreht hat. So eine bisschen rasante Doku, die zwischen zwei Hitler-Dokus irgendwie, glaube ich, auf NTV oder N24 auch gerne mal läuft. Aber da kriegt man zumindest mal einen Eindruck, einen Blick in die Federal Reserve Bank, wenn das interessiert. So ein bisschen wie das Gold transportiert wird, was echt abgefahren ist. Und darüber müssen wir ja auch gleich nochmal im Falle von Fort Knox sprechen. Du baust hier Überleitungsbrücken. Irre, ne? Zum Daniederknien, genau. Also das alles zu Fort Knox. Ganz viele Quellen zum Lesen werden wir euch auch verlinken. Wir haben euch jetzt mal erspart, genau zu sagen, welche Einheiten im Militärstützpunkt stationiert sind, wie viele Panzer da rumstehen. Da gibt es aber Wikipedia-Beiträge zu. Das könnt ihr euch alles durchlesen, und wen das interessiert. Und jetzt müssen wir uns aber der Frage stellen, ist denn das Gold tatsächlich mit der Post? Und das ist ja ein heißes Thema jetzt auch gerade wieder in den Staaten. Ja, ja, eben, eben, eben. Aber gut, lassen wir das, da wollen wir jetzt gerade mal nicht hin. Da kommen wir demnächst mal zu dem Thema Amerika und aktuelle Lage und überhaupt. Aber ist das Gold jetzt mit der Post dahin gebracht worden oder nicht? Die Auflösung. Ja, haben die USA wirklich ihr Gold per Post nach Kentucky transportiert, ja oder nein? Ja, die Geschichte stimmt tatsächlich. Also, das Gold wurde mit der Post transportiert. Allerdings… Zum Glück nicht mit Hermes. Oder irgendwelchen anderen… Also, wenn ich so meine Social-Media-Timelines folge… Oh, wei, oh, wei. Wir wollen jetzt hier nicht Hermes beschenken. Hermes, der liefert… Ja, DHL habe ich ja auch schon mal vom Balkon aus beschimpft, weil ich gesehen habe, wie sie einfach nicht in unser Haus gegangen sind und dann überrascht gesagt hat, waren sie da. Ich bin jetzt auch da. Aber ein Hoch auf unsere Briefträger. Generell schlecht bezahlte Menschen, die gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie irrsinnig viel Arbeit machen müssen. Wirklich nichts für ungut, wir wollten jetzt hier nicht irgendwie… Entschuldigung, ich habe jetzt… Also, ja, die Post, die US-amerikanische Post hat Gold nach Fort Knox gebracht. Ja, genau. Und wie? Ja, also, der United States Postal Service war da auf jeden Fall beteiligt. Allerdings darfst du dir das nicht so vorstellen, dass die das irgendwie wie einen normalen Brief transportiert hätten. Das wiegt ja auch so ein bisschen was. Und das Interessante ist, der Transport per Flugzeug fiel dementsprechend im wahrsten Sinne des Wortes flach. Also, das ging schon… Viel zu aufwendig, weil man so viel auf einmal nicht… Geht nicht vom Gewicht her. Ja, funktioniert halt nicht. Und dann hat man sich dafür entschieden, gepanzerte Züge zu nehmen. Das heißt also, man hat das Gold in gepanzerte Züge gepackt. Natürlich auch unter Bewachung, auch durch die Postmitarbeiter tatsächlich. Und man hat auch Ablenkungszüge eingesetzt. Also, sogenannte Decoys, also Attrappen im Prinzip. Weil man natürlich sicher gehen wollte, dass da nicht irgendwie ein Überfall stattfindet. Und als dann die Züge in Fort Knox angekommen sind, hat das Militär tatsächlich die Eskorte übernommen und hat dann sozusagen das letzte Stück auch noch mit begleitet. Also, das Ganze war schon aufwendiger als ein gewöhnlicher Brief oder ein gewöhnliches Paket. aber unter der Ägide des United States Postal Service. Das ist schon spannend. Tatsächlich, wie das Gold hingekarrt worden ist. Also, im Prinzip, also wenn die Demokraten jetzt sagen, dass die Briefwahl so sicher ist wie Fort Knox, dann hat das einen ganz interessanten Zusammenhang, wenn man das vor dem Hintergrund nochmal sieht. Das stimmt, eine schöne Formulierung. Genau. Ja, damit sind wir am Ende der 258. Folge von Hoxler. Wie immer bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei euch allen für Feedback, Anmerkungen und allen schönen Dingen, die ihr uns zugutekommen lasst. Und es wird im August noch, wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt der August auch nur noch vier Tage lang ist, aber es gibt noch die zweite Folge. Da haben wir ein wunderbares Interview schon aufgenommen, was wir noch dann auch ausstrahlen werden, aber nicht beides auf einmal. Das macht ja auch den Podcatcher ganz nervös. Und da könnt ihr euch drauf freuen und dann sind wir 14 Tage im Urlaub. Wir werden auch mal das ein oder andere Foto auch posten. Sicherlich ist da Instagram, glaube ich, eine ganz gute Adresse, um mal vorbeizuschauen, vielleicht auch mal auf Twitter. Aber seht es uns nach, wenn wir da dann auch ein bisschen Recherche faul sind. Wir bekommen ganz viele Tweets und auf Facebook auch Nachrichten, wo man sagt, könnt ihr mal euch darum kümmern. Das wollen wir in den nächsten 14 Tagen mal nicht machen, denn ich möchte so ein ganz bisschen auch noch aussehen wie ein Mensch am Ende des Jahres und brauchen wir 14 Tage zum Durchschnaufen. Ja, aber dann kommen wir zurück mit Volldampf und vielen neuen Themen und Ideen. Alter, frische, durchgepüstert. Genau. Und auch Gewinnspielen und ganz viel tolles Zeug, was wir jetzt schon geplant haben für die Zeit nach dem Urlaub. Tolle Gesprächspartner, tolle Gäste wieder, die ihr mögt. Und parallel dazu laufen ja aktuell auch noch die Wild Mics-Ferngespräche weiter. Und wir hoffen mal, dass da, wo wir sind, das Internet ausreichend stark genug ist, dass wir auch das ein oder andere Mal vielleicht bei den Wild Mics mit vorbeischauen können. Da gucken wir mal, ob das klappt. Und vor den Nox hat man wahrscheinlich nicht so guten Empfang. Das WLAN ist auch nicht so toll. Könnte schwierig sein. Ja, gucken wir mal. Wir fasern aus. Euch alles Gute, macht's gut. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxella.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.